Was geht ab, ihr Zocker? Ich bin jetzt dran, in Hood Outlaws & Legends alle Charaktere auf Max Level zu bringen. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme dauert es auch nicht mehr lang, bis ich das geschafft habe. Ja, alle Charaktere auf Level 10 bringen. Ich merke schon, mein Leben ist echt unter Kontrolle oder außer Kontrolle geraten. So, und zu diesem Gameplay aufreisen, beziehungsweise Levelreisen, nehme ich euch jetzt noch mit. Wird auf jeden Fall super unterhaltsam, gönnt euch das. Gerne den Kanal auschecken, beziehungsweise abonnieren, Glocke aktivieren. Montags und Donnerstags, 18 Uhr, kommen meistens immer neue Videos online. So, wir schnacken auch jetzt nicht lang rum, gönnt euch und wir legen los. Okay, das wird jetzt übel für die Jungs, Alter. Das gibt Noob-Klatschen, Boys! Nicht, dass ich da gleich stehe und blocken will. Robin, ich betone es nur, ich nehme auf, ne? Also da werden gleich wahrscheinlich Fragezeichen kommen. Du nimmst auf? Ja. Oh Mann, stehen wir mal über mir so Fragezeichen wie immer. Ja, das wird wahrscheinlich kommen. Ich glaube, das wird ein Running Gag. Der Robin möchte aber kein Running Gag sein. Also du hast schon angefangen zu auf... Vielleicht. Doch, hat der. Hat der, hat der, definitiv. Hat der auch. Ich mache hier die Tür auf. Oh, zick, zick. Das ist schlü... Das packt dich. Ja, ich habe einen universalen Schlüssel. Er passt in jede Tür. Red dich doch mal um, du. Ja, komm her. Ich assassiniere dich. Komm her! Komm her! So, jetzt komme ich hier nicht durch. Ja. Zip. Und. Ah! Wow, richtige Assassine hier. Klopf, klopf. Der ist da. Der auf jeden Fall nicht mehr. Der Wächter nicht mehr. Hier. Der, der ohne Sünde ist, solle den ersten Stein schmeißen. Mit uns. Darf ich uns mal fragen, warum ihr wieder so untalentiert seid im Assassinen? Weil der sich in diesem fucking Moment umdreht. Hier, bei mir ist der. Komm her! Schlüssel. Gabel, Pixie, Ehrenwort. Hihihihi. Hihihihi. Oh, ich liebe das, Mann. 3 Uhr 28 Nachts. Wir haben die Schatzkammer schon. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Schatzkammer, ne? Legen wir denen eine Falle. Au! Nach, schon wieder ein Brawler, Alter. Ach, ich hasse es. Dieser Impact vom scheiß Brawler. Ich hasse ihn. Ich gehe nach oben einfach, verteidige die Tür. Ja, das war ja mein Plan, bevor der Brawler mich zusammengeschlagen hat. Enemy spotted. Ich höre nur noch die Zinsen. Bam, bam, bam. Oh Gott, war das schlecht. Da hast du Robin mit. Ich habe den Brawler vorbeigeschossen. Feuer! Oh no! Oh Gott. Feuer! Loser. Das gibt's nicht. Feuer! Ey! Oh, da kommt der Brawler. Ich habe Amjohn vorbeigeschossen. Ich habe aus, dass ihm die Assassin dabei einen Headshot gegeben hat. Ich habe keine Erinnerungsmehr. Hilfe! Ah! Ah! Ich kick den nicht. Ist das jetzt euer Ernst? Ich kick den nicht. Ah! Ach ja, ist das so eine Scheiße. So, jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich mich unigermaßen. Was soll ich mit Assassinieren? Was war das denn? Junge! Oh, tschüss. Ah! Oh, tschüss. Ah, schön und sichtbar. Beide sowas von lost, ne? Aber sowas von lost. Warum konnte die Marianne schon vor mir schießen, während die Treppe hochgeht? Geladen! Und jetzt ist sie weg, Junge! Aus dem Schatten. Oh, 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 oh. Sprachen lernen, Bubble. Warum haben die Wachen Pfeile im Kopf? Weil ich die abgeschossen habe. Aber sehr schlecht sehe ich gerade. Alter, hat sie gefeilt. Oh, tschüss. Wachen blocken. Schüsse. Ja, natürlich. Hast du es nie bemerkt? Ne, also mit Marianne versuche ich es gar nicht erst. Ich weiß ja, dass sie nichts kann. Was? Tatsache? Ich habe jetzt gerade hier einen Sheriff gehabt und einen Gegner. Oh, fuck. Das wird auch so ein Running Gag, Alter. Dann-Sie gegen den Sheriff. Du hast es aber mit dem, ne? Ach, geil. Aber ganz ehrlich, ich provoziere es auch. Muss man echt zugeben. Oh Gott, was machst du denn da? Leiter-Buggy, hä? Eigentlich, der weiß, wo ich bin. Herzhaft? Halt doch gar nicht. Wo ist die Faktatur? Ah, ich stech dich ab, Alter. Ja. Meine Fresse. Dann kommt der Garty-Leiter hoch. Oh, Dann-Sie hat einen reingehauen. Take this to Robin Hood. Ach, Mann, Alter. Jetzt haut der Wächter den weg. Äh. Warum habe ich den Ritter jetzt abbekommen? Das gibt es nicht. Ich habe mich jetzt erschrocken. Versuche, mich anzuschleichen. Hey, Robin. Gab mir Piks die Ehrenwort? Komm. Haha, habe ich dich. Ach, komm, Alter. Und Piks. Hast du die Marianne, die eine erwischt? Nein. Ja, habe ich. Nice, weil ich habe sie noch extra für dich angehört. Hallo, Brawly. Was geht? Die anderen habe ich. Yo. Schlucke jetzt meine Triple-Armor. Er hat alles geblockt. Na klar. Ich bin happy. Oh, war das knapp. Ja, du warst außerhalb des Rings noch. Wollen wir in die Stadt gehen? Das fällt dir jetzt ein, wenn du jetzt fast die Brücke beendet hast und hier nicht runter kannst. Ja, ich will hier links runter gehen. Doch, du kannst hier links runter. Ja, geh links runter. Aber kann das jemand nehmen, der schneller ist als ich? Ich nicht auf jeden Fall. Du fragst mich? Oh, ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich beschossen. Mikey wird dich jetzt assassinieren. Ich wusste es doch. Dansi, du bist schon... Ah, sie, dass du das auslässt. Das ist jetzt schlecht. Feuer! Ja, ich schieße einfach nicht. Und was machst du dann, hä? Was machst du, wenn ich nicht schieße? Hier geht irgendwann die Ausdauer aus. Dann schieße ich so. Und nochmal. Und nochmal. Und jetzt muss ich mir mal schnell die Dinger holen. Genau, jetzt habe ich neue Bolzen. Oh, Feuer! Oh, ich sollte mal laden. Feuer! Oh nein, ich bin weg. Oh, ich habe gegen ihn verloren. Nein! Der hatte nichts mehr. War der schlecht. Das geht doch nicht. Oh, hey, Sheriff. Ja, lass den Zoo zu. Ich kann das ja nicht aufmachen. Ja, ja, stimmt ja. Ich bin süß, klein und schmächtig. Und dann erwartest du von mir sowas. Ja, kommt, Jungs. Oh, weg da, weg da. Haben wir geschafft. Der hat seinen Schuss. Nee, ich habe seinen Wurf abgeblockt. Das ist noch eine. Das ist falsch, ich bin down, Alter. Mit einem Schuss. Das ist echt meine Granate abgeprallt, ne? Vorsicht, die sind immer noch da. Achtung, Robin, nur den Busch. Nope. Ah, jetzt rett mir der Zanzi mit seinem hässlichen, dicken Popo da rein. Ich will das, das hier nicht. Nein! Das hört sich wieder. Was, so ein bisschen? Nein. Ich habe... Ja, was nun jetzt? Links kommt noch einer. Ich aim er ab. Da ist er. Der ist noch ein Brawler. Ich fang an zu wenden. Feuer! Nee, komm mal. Er ist gerutscht. Ja, das Problem hatte ich auch schon. Der schieß, Abin. Aber das war ja schon. Abin, ja! Das ist meine Phantom Blade, Junge. Ich habe Unity-Vibes. Los, wenden! Ich bin klein und zierlich. Warum muss ich das denn machen? Ja, dann verschwinde. Nein, das ist meine Aufgabe. Du Feministen-Hasser. Alter! Alter! Weißt du, was war das denn für eine Aussage? Das verschwinde. Das war jetzt unter der Gürtellinie, ja? Ich hoffe, das kommt ins Video. Ich habe das nämlich nicht mitbekommen. Ah, und jetzt dachte ich mir so, komm, wir zocken mal was anderes. Geben den Jungs mal mehr Abwechslung. Bei solchen Kollegen muss man ehrlich sagen, da kann einfach nichts schief gehen. Lassi, tausch mit mir. Hä, was? Tausch mit mir. Du kannst doch ruhig was sagen, du Wichser. Nein. Da ist doch der Sheriff schon. Oh, Gift, Gift. Ich steche den anderen ab. Huah, von vorne! Ich kann es nicht. Oh Gott. Robin! Oh. Digga, hast du gesehen, wie ich da... Ich habe ganz da gedrückt und dann drehte sich mein Charakter über den Kreis. Hinter uns, den müssen wir erledigen. Ja, das ist ein Giftcast. Wakanda forever! Für meine Macht! Hatschuu! Und ping! Boah, hast du das gerade gesehen, Tim? Kräftige Frau, ja. Du bist doch so ein Ekelhafter. Ich wollte die Laufkombol. Ja, ich weiß noch, was du schon gesagt hast. Das steht da oben perfekt. Hast du noch eine Smoke? Da ist ein Stein? Robby? What the hell? Tim, weg da! Ja, ich gehe schon. Ich habe gerade in die Richtung nämlich schon ein Schödinger geworfen. Achtung! Assassin's Creed Unity! Forever! Huah! Bam! Gut gemacht, mein Mystiker. Alter, hier sieht es so aus, als ob ich gefurzt hätte. Alter, man, der stinkt da ja richtig. Du bist da alleine, denkst du. Alter, jede Scheiß-Itembox ist immer leer. Robin, du bist so ein kleiner Geier. Ich bin das nicht gewesen. Natürlich bist du das gewesen. Das war ich dieses Mal. Oh, der legf... Spieler direkt vor mir! Jungs, direkt vor mir, Spieler! Zwölf Sekunden später. Smush! Alter, ich hasse das so mit der Sensi, ne? Ja, ein Hit! Alter, was war das denn? Hab denn einen? Wir kommen! Oh, John, bei mir! Fuck, alle Spieler hier! Angetet! Ich hab John! Ich sehe nichts. Ich kann, oh boy! Er ist weg. Hau auf sie, denn den legt nicht durch meine... Ah! Ah! Ich schau! Ja, Mike, ihr habt ihn! Nein, ich kippe die! Ich kippe die! Oh, ne Explosion! Nicht Neustart! Achtung, Robin Hood ist der Schlüsselträger. Gut, dass die es abgeregt hat. Habt ihr Marianne angehltet? Die hat nicht mehr viel. Alter, ich hasse das. Ich kann nicht nachziehen, Alter. Ich kann nicht nachziehen. Das ist so schlecht mit dir. Du kriegst diese Tür nicht auf. Verpiss dich mit dir, Alter. Oh, fuck! Hab ihn! Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich hab hier zwei. Hab einen. Ich schieße mit. Jetzt könnte ich Hilfe gebrauchen. Perfekt. Junge, nimm ich Arno und steck dir die versteckte Klingel in den Po. Was hat er? Wie kommen wir ein bisschen hoch hier? Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt links hier. Guck mal. Wir gehen jetzt hier links. Wo gehen wir hin? Zum Dorf oder was? Ja, wir gehen einfach über B und dann ins Dorf. Na gut, wenn du das sagst. Später. Feuer! Jawohl, ich hab ihn wieder angehltet. Soll ich die Kiste loslassen oder nicht? Nein, 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 alles gut. Der Robin schafft das. Nein, 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 nein. Komm, glatzen, Opa. Wie sehst du auch an, Robin? Ich hab manchmal so ein Gefühl, das ist nicht so. Ja, mach ich, aber mach ich nicht immer. Gute Kombo. Ich bin hinter dir, dann seh ich nicht erschrecken. Das fang jetzt schon. Ich stimme mal kurz. Fallgitter-Gegner. Ja, ich hab den geschlagen. Der ist da reingefallen. Und wollte nochmal durchrutschen. Nice. Hat gut funktioniert, ne? Oh, ich bin tot. Nein, nein, gegenüber da irgendwie, Tim. Da oben, zwei Stück. Au. Ja, wir kriegen von unten Besuch, Tim. Marian, ja, die hat aber nix. Ich mach mich mal unsichtbar. Komm her, Marian. Ich knall dich ab. Ich schau den hinterher. Ah, der ist weg da, okay. Ich hab ne Idee. Smoke? Ja, genau. Au. Oh, ich hab mich gerade geduckt, ne? Ja. Und da steht ein Pfeil über meinen Kopf. Besser geht's nicht. Perfekt. Ja, Alter. Nein. Was? Die haben durch den Rauch geschossen? Ah, nee, da war die Smoke zu Ende. Alles gut, wir sind gleich im Dorf. Sendet mir mein Instinkt, verdammt laute Warnsignale. Ah, der John ist hier. Feuer! Haben wir jetzt den Feuer? Nein, jetzt hab ich auf den Robin geschossen. Oh, der Robin gibt Gas mit seinen Furzgranaten. Feuer! Da kommt der Robin. Ich hab ihn angehenset. Oh, no. Hinter mir ist Marianna. Und der Sheriff. Der Sheriff läuft jetzt dem Ding ins Hoch. Wir könnten eigentlich winden. Alles klar. Ich fang mal an. Hä? 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 Oh, da kommt noch einer. Ich hab einen Punkt. Ah, nein, das ist zwei Wächter. Oh, weg hier. Double Crossbow. Ach, die haben es recht. Au. Ich seh nichts. Ah, ich bin blind. Perfekt. Oh, Knight. Den kann ich gleich mäuscheln, wenn ihr den nah genug ran lässt. Oder so. Kann man es auch machen. Ich wende mal mit. Äh. Links, links, links. Oder links, ja. Oh, voll rein rausgewischen. Rein rausgewischen. Auch ein geringes Deutsch gerade an der Stelle. Der Sheriff steht direkt davor, also können die nicht winden. Äh, wir können die nicht winden. Aber die haben einen Punkt gemacht, ne? Ja, dann haben sie halt einen. Wenn. Wow. Ah, der Brawler, der hat nichts gemacht, der Sheriff. Ach, wegen Rauch hat der nichts gemacht. Ich komme ja schon mit dem Sheriff. Au. Oh, Robin, du schießt. Aua, hör auf, ich schieße, Mann. Haben wir einen, geht es? Jawohl. Der Robin ist da oben. Gehst du mehr? Ich bin damit. Komm, es ist Nick. Ich habe hier zwei Robins. Vergiss es. Einer ist dir durchgeblitzt. Marianne? Ja, ich würde in der Luft abgeschossen. Ich würde von zwei Seiten... Zieht euch, Robin, zieht euch. Wenn du, als hättest du nichts anderes in deinem Leben gemacht. Oh, fuck. Komm. Schlech, schnell, schnell, schnell. Schlech, schnell, schnell. Nein. Ja, ja, ja. Oh, jawohl. Das war echt letzte Sekunde. Ich war kurz vorm Sterben, Alter. Ja, das nicht mal wirklich ein Sieg in letzter Sekunde. Boah, Junge. Ich dachte schon, das zieht sich dann wie Kaugummi. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Gönnt euch weitere Videos. Das nächste kommt dann am Montag. Wie gesagt, abonnieren. Glocke aktivieren. Man kennt diese ganze YouTube-Händlermasche da. Wir wollen keine weitere Zeit verlieren. Ich sage noch Tschüss. Bis dann. Und habt noch viel Spaß beim Zocken. Bis dann. Bis dann. Bis dann.